Hi, ich bin Steffen, stellvertretender Zugführer bei der 32. Einsatzhundertschaft und wir haben heute das Glück, Aaron als Praktikanten wieder da zu haben. Der hat sich also gut gemacht. Sehr gut! Hi Aaron! Ich freue mich, dass ich hier bin. Hundertschaft, das bedeutet für mich heute? Das bedeutet für dich heute zum Anfang des Dienstes aufrüsten des Fahrzeuges, damit wir einsatzbereit sind. Dann machen wir eine kleine Sportrunde, schauen mal wie fit du bist und danach wollen wir in Friedrichshain-Kreuzberg schreiben mit dir. Friedrichshain-Kreuzberg ist auch Warschau, Straß und alles? Genau. Okay, da muss ich noch ein paar Kumpels schreiben, dass die mal heute nicht draußen sind. Mit Spaß, die nehmen wir heute alle fest. Also, Aaron, wir sind jetzt hier in der Waffenkammer und hier haben wir unser Materialbuch. Da musst du dich mal eintragen. Wir werden heute für unsere Streife empfangen eine Ramme. Da, Ramme. Genau. 321. Drei, 221. Für manche Kollegen macht das sehr einfach. Okay. Alkoholtester. Eine Lootbox. Was kriegen wir denn da tolles? Wir haben hier drinnen einen Anhaltestab, haben hier eine Feuerlöschdecke drin. Die haben wir früher als Jüngliche mal im Bus geklaut. Hat er nicht geliehen. Glauben haben wir das bald? Das ist der Dreikant, den noch die Feuerwehr benutzt, um zum Beispiel diese Poller abzuklappen, wenn wir in den Park fahren. Amazon liegt in der Videobeschreibung zum Kaufen. Wer schlau? Ähm, der Polizeipräsident meint, ich krieg noch eine Pistole. Die hat mir jetzt hier nicht reingeschrieben. Leider nicht. Okay. Das bist du. Pass auf, wir haben für die Sachen feste Plätze. Die Ramme kommt dort rechts in die Rammhaltung rein und die Tasche schiebst du einfach hier unten rein. Voll schwer. Wie viel wiegt denn die Ramme? Die wiegt so 10-15 Kilo ungefähr. Das ist sogar beim ersten Mal richtig rumgemacht. Nicht schlecht. Ja, ich bin doch pfiffiger Typ, wenn man so viele Fragen bei Günther ja auch richtig beantwortet. Ist das der Kotzeimer, falls ihr zu schnell fahrt? Ne, das ist ein ganz normaler Mülleimer. Achso, mit so einem Bus bin ich mal nach Lorette Ma gefahren. 24 Stunden. So, Aaron, bevor es rausgeht auf die Straße, ja, kriegst du von uns noch eine Schutzweste. Ja. Das ist jetzt das neueste Modell, das wir haben. Läuft bei der Polizei. Ja, eine Überziehweste. Das bedeutet, du trägst sie halt nicht mehr unter der Uniform, sondern drüber. Das hat den Vorteil, dass du hier verschiedene Taschen hast, wo du auch Equipment wegstecken kannst. Du siehst es ja, ja, zum Beispiel eine iPhone-Tasche. Cool. Du bekommst noch von mir zusätzliche Schutzplatten der Eskapierstufe. Das heißt, die halten noch mehr Schutz raus. Ich war in letzter Zeit oft bei McFit. Ich muss eigentlich nur anspannen, dann ist das genauso sicher. Kann ich mir vorstellen. Was wiegt eine Platte? Zusammen mit der Weste kommst du auf gute 15 Kilo, 10 bis 15 Kilo. Oh, die ist schon. Da kann ich wieder so cool dastehen. Richtig. Achso, warte mal. Hier Desinfektion. Man weiß ja nicht, wie man so festnimmt. Augentropfen habe ich auch bei. Und Taschentücher. Ich hätte noch Platz für eine Pistole. Welche darf ich haben? Immer noch keine. Schade. Aaron, du bist jetzt aufgerüstet. Nimm deine Sachen. Wir gehen uns umziehen und dann machen wir Sport. Mit den ganzen Kollegen gehen wir nachher auf Streife. Genau. Dann sage ich höflich Hallo. Hi. Superverein. Hey. Hey. Hallo. 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 So, kenne ich das Team? Wie macht man eigentlich, wenn, das ist ja so ein Problem. Auf Streife war es ganz cool, da ist es zu zweit. Ihr seid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wie macht ihr das mit dem Schmiergeld? Durch alle so durch acht oder jeder ist einen Tag mal dran? Okay. Also wir würden uns jetzt ein bisschen warm machen. Robert leitet das Sportprogramm. Das ist unser Sportkortivator. Jetzt werden Insider sich total feiern und wir haben uns nicht abgesprochen. Nee, haben wir nicht. Aber wir werden uns nachher noch im Ring begegnen. Ich muss sagen, ich war gestern Fußball spielen und bin letztens so einen Halbmarathon gerannt. Ich war schneller als Revi. Aber guck mal, gestern beim Fußball bin ich hingefallen. Aber ich habe nicht geweint. Okay. Wannst du die? Nee. Ah ja, doch. Deswegen werden wir jetzt Treppenlaufen machen. Ja. Das heißt? Tonfa. Tonfa. Nicht Schlagstock. Ja, genau. Bei GTA steht immer Schlagstock. Egal. Okay, wir los. Bitte. 1, 2, 20. Super Runde. Super Runde. Ich habe die Pizza von der Stunde. Keine gute Idee. Hopp. Hopp. Zurück. Zurück. Komm hier ran. Ich habe mir deinen Arm. Pädel mein Dings ein. Zurück. Zurück. Machen wir ganz nett. Sehr gut. Nach rechts gucken, bitte. Handflächen nach oben. Aua. Aua. Wenn euch das Video gefällt, gebt doch einen Daumen hoch. So, wir machen jetzt einfach nur nochmal, um uns auszupowern. Großtechnik werden wir jetzt nicht eingehen. Ich habe aber alle Rocky Filme und Queets gesehen. Ich habe es drauf. Wenn er tot ist, ist er tot. Können wir den Kollegen im Hertha-Trikot gegen die Kollegin im Union-Trikot boxen lassen? Dann können wir noch bei B-Win was ansetzen. Wechsel. Oh. Komm schon. Komm, Quick. Er hat deinen Vater getötet. Braucht er keinen zum Sack festhalten bei den kleinen Bienenstichen? Spät ist denn das? Da oben merke ich eine Uhr. Wir haben noch bis Null Uhr Dienst. Oh. Und nochmal alles. Alles, alles, Tor. Letzte Übung. Aaron, du bist ja so ein großer Wrestling-Fan. Deswegen haben wir ein Utensil. Das nennt sich Ganzkörperschutz-Ausstattung oder auch der Hitman. Deswegen wirst du jetzt gleich den Ganzkörpersanzug anziehen. Und dann gegen jemanden von uns antreten. Oh, okay. Moment mal. Das zeigt mir aber, dass mein Gegner gleich richtig zuschlagen wird. Wirklich? Gegen beide? Ja. Geil. Komm, Aaron. Gewegt dich. Aaron hoch. Bewegt dich. Aaron hoch. Bewegt dich. Deckung hoch. Oh, die haben voll zu nah. Die haben da ganz schön gegen... Die haben da ganz schön gegen gehauen. So, weiter runter. Deswegen sind auch die Outlander aus Hobbingen nicht zu unterschätzen. Und 10, 9, 8, 7, 5, 6. Ey, man muss ja nicht mit dem Helm. Wenn du volles Ding knirrigs hattest, so geklappert im Kopf. Jetzt sind wir etwa auf einem geistigen Niveau. Sah das so schlecht aus, wie es sich angefühlt hat. Ja. So, Aaron, das war unsere Sporteinheit. Jetzt gehen wir duschen. Ja. Und dann geht's auf Streifer. Bist du noch fit? Ja, ja. Hast du jetzt zum Glück gesetzt? So, wir gehen jetzt auf Streifer. So, wir fahren jetzt los. Micha, was machen wir jetzt? Wir fahren jetzt in die Direktion 5. Das ist in Kreuzberg-Friedishain. Und da gucken wir mal, was uns so erwartet. Das heißt, es geht jeden Tag raus und du weißt nicht, was passiert? Nee, wenn ich es vorher wissen würde, könnte ich es ja schon vorher verhindern. Und dann wäre unsere Arbeit ja auch schon getan. Das stimmt. Klugscheißer. So, Micha, ich kenn's ja von Streifer. Jetzt kommt gleich ein Funkspruch. Hey, da hat jemand geklaut und dann fahren wir dahin. Genau. Grundsätzlich würden wir einen Auftrag bekommen, wenn wir uns angemeldet haben, dass wir halt dort auch mit hinfahren. Wir würden auch sagen, wir fahren mit der Gruppenstärke, die wir jetzt hier sind. Ein Funkwagen ist ja im Regelfall zu zweit oder zu dritt. Wenn dann noch ein Praktikant zum Beispiel drauf sitzt. Wir fahren dann halt so dahin und dann gucken wir, was uns da erwartet und dann lösen wir den Fall. Nehmen wir Verkehrsunfälle auf? Ungern. Spürst du irgendeine größere Sicherheit, weil ich heute dabei bin? Äh, nein. Jetzt ist alles hinten umgekippt. Wer hat denn hier eingeräumt? Micha, ich hab den Gurt vergessen. Einmal Praktikanten bei, der macht nichts. Entschuldigung. Wohin? Wir hören die Ecke Lausitzer. Böwe in Syrabom und einer von der Fahrradkette da. Da war ich zwischen uns. Okay, jetzt geht's los. Ich hab's nicht so verstanden. Wir fahren jetzt zu, nennen wir es mal, randalierenden Personen in Richtung Görlitzer Straße. Und wir gucken mal, was uns da erwartet. Einer soll wohl dort mit einer Fahrradkette hantieren, was immer so ein bisschen gefährlich ist. Deshalb fahren wir jetzt mit sonderen Wegerechten und haben auch quittiert, dass wir die Eigensicherung auf ein besonderes Maß hoch hängen, weil eben jemand mit einem gefährlichen Gegenstand da rumfuchtet. Das heißt für mich, ich bleib ein bisschen weiter hinten. Das heißt für dich, ähm, heißt es den ganzen Tag, du guckst so ein bisschen, was die Jungs und Mädels machen, hältst dich so weit zurück, dass du dich selber nicht gefährdest, dein Kameramann nicht gefährdest und uns nicht im Weg stehst. Okay, Regel Nummer eins, Aaron vor Timo. Hier ist jemand mit Fahrrad langgefahren, mit einer Kette rumgewedelt. Genau, der Funkwagen, der ist von der anderen Seite in den Park gegangen. Die haben jetzt einen Geschädigten festgestellt und die nehmen jetzt die Anzeige auf zur gefährlichen Körperverletzung. Und wir befragen jetzt nochmal den Zeugen da vor Ort, der das gesehen hat, sodass quasi der Anzeige noch einen Zeuge zugefügt werden kann. Und dann fahren wir weiter. Aber der Kollege mit der Kette ist auf und davon. Genau, der ist auf und davon. Wir haben eine Täterbeschreibung. Wir werden jetzt hier nochmal im Nahbereich schauen, ob wir den antreffen. Mit dem Fahrrad ist man halt leider sehr schnell weg. Das stimmt. Wenn wir Glück haben, kommt er heute nochmal wieder. Was mir schon bei der Blaulichtfahrt her wieder aufgefallen ist, alle stellen sich wirklich echt dusselig an, wenn Blaulicht kommt. Die sind aufgeregt und machen doofe Fehler oder denken sich so, ah ja, komm, fahrt doch links vorbei. Ey Leute, wenn Polizei kommt, Feuerwehr, Garsack, egal wer, Platz machen. Die sollen durchfahren und dann klappt es. Und ruhig. Michael, wie lange bist du schon bei der Hundertschaft? 14 Jahre. Was war das verrückteste, was du... Erstmal das skurrilste. Ähm, bis jetzt der Dienst heute? Ne, der... Haa haa. Der hat mich laut. Feuerwehrmeldung. Weichselstraße, Ecke Grabe, Straße, Verkehrsunfall. Mitte, Lohnschaden. Weiteres nicht bekannt. Äh, Beteiligung eines Mondrohrers und PKW. Jetzt geht's ja um Verkehrsunfall. Wie vorhin gesagt, machen wir ungern. Das Problem ist, bei der Art von Verkehrsunfall mit einer mitverletzten Person versuchen wir natürlich soweit wie möglich den Bereich abzusperren, dass eben nicht noch irgendjemand nachträglich noch in diesen Unfall mit hinein fährt. In die Copernicus-Straße! Was ich total geil finde, hier ist es so, jeder im Bus guckt mit, ob irgendein Autofahrer nicht aufpasst, ob was frei ist. Rechts ist frei, links ist frei. Oh, da träumt einer, der kriegt's gar nicht gebacken, fahr rechts rum. Und man muss sagen, der Fahrer macht einen Mega-Job. Der muss der King in GTA sein, oder Gran Turismo, wie der fährt unglaublich gut ab. Was ich natürlich sagen muss, wenn wir hier einen Verkehrsunfall haben, mache ich es so, dass ich sage, ey, wenn's ein Schlimmer ist, filmen wir nicht, es gehört sich einfach nicht. Gaffa will keiner. Jetzt war's ein Fahrradfahrer, dem geht's gut, der ist auch grad aufgestanden, sein Vorderrad ist verbogen, alles gut soweit. Also, Autofahrer und nicht Motorradfahrer, sondern Radfahrer waren in gleicher Richtung unterwegs, der Radfahrer wollte den Schienen ausweichen, dass er nicht stürzt, hat der Autofahrer ihn nicht gesehen, hat ihn dann von hinten erfasst, der ist mit dem Kopf auf den Boden aufgeschlagen, ist aber bei Bewusstsein, hat eine kleine Kopfplatzwunde. Hat er mit zwei Kolleginnen geboxt? Wir haben jetzt sein Fahrrad angeschlossen, er ist im RTW, wird dort behandelt und wird dann wahrscheinlich noch mal zur genaueren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht und das war's. Aber soweit geht's ihm erstmal gut, er hat wieder gelächelt. Okay, das ist ja schon mal gut. Während ihr jetzt hier alles beobachtet habt, hab ich da hinten jemanden gesehen mit Hund, der Hund hat AA gemacht und er hat's nicht eingesammelt. Ich hasse sowas, würdest du mir kurz deinen Schlagstock geben? Ich hab heute was gelernt. Also, du hast ja heute im Tonfahren gesagt, dass man auch mal bitte sagen soll, von daher würd ich einfach empfehlen. Nee, sowas geht bei sowas nicht. Wir wurden jetzt zum Girlie zurückgerufen. Warte. Oh, ist die aufgeregt. Oh, das ist so schlimm. Leute, mit so einer Überforderlichkeit, wenn's das Wort gibt. Alles viel, viel schlimmer. Ist wirklich so. So, jetzt ist es so, die Frauen und Freunde sind wieder da. Deswegen stehen die jetzt schon alle bereit, rennen raus und wollen direkt rein, sich die Leute holen. Das krasse ist, man ist im Görlitzer Park und einfach jeder rennt weg, wenn die Polizei kommt. Das ist echt verrückt. Im Bus wurde mehrfach die Personenbeschreibung durchgegeben und ich hab sie mir versucht zu merken, das Adrenalin einfach nur mitzulaufen. Alle rennen hier los, weil die Polizei kommt. Ich weiß gar nicht mehr, wer gesucht wird. So, zweites Mal Görlitzer Park. Zweites Mal Görlitzer Park. Unser Kettenmann hat wieder zugeschlagen. Der Zeuge von Fohlen hat ihn gesehen, wie er mit einer anderen Person in den Streik geraten ist, die wir hier festnehmen konnten. Er möchte aber nichts anzeigen. Wurde auch nicht geschädigt. War quasi erst im Anbahnen, als er die Polizei ausgesehen hat, ist er abgehauen, sodass wir ihn jetzt noch nicht haben. Aber ich bin mir sicher, das sollte noch ein drittes Mal vorbeikommen und dann werden wir uns mal anschleichen. Gucken wir mal. So, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt einen Kraftverkehrs- also einen Kfz-Führer, der mit einem Handy rumgefummelt hat. Das ist ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung und dementsprechend halten wir den jetzt mal an. Was kostet das jetzt? 100 Euro, ein Punkt. Könnte ich mir fast aktuell meiner Situation nicht mehr leisten. Also über Funk kam Unterstützung Polizei. Wir sind jetzt hier am U-Bahn auf Warschauer Straße. Den Hintergrund kann ich dir noch nicht sagen. Ich habe schon gesehen, dass die Kollegen da eine Person am Boden haben, festgenommen haben. Ich denke mal, dass der Widerstand geleistet hat und dementsprechend die beiden Kollegen alleine waren und deswegen Unterstützung angefordert haben. Anscheinend, wenn wir den transportieren, scheint es unfreundlich zu sein. Ah, okay. Das heißt, ich gehe ins Tüche wie der Timo rüber. Also der Kollege, der gerade Warschauer Straße Musik gemacht hat und nicht aufhören wollte. Ja, da war alles ein bisschen schnell. Ihr erfahrt jetzt gleich, was los ist. Ich gehe mal rein, weil ich darf in der Wache drehen. Dafür vielen, vielen Dank. Also zum Hintergrund auf der Warschauer Brücke wollte der Funkwagen einen unzulässigen Lärm bekämpfen. Da waren quasi drei Gitarrenspieler und das ist dort nicht erlaubt. Zwei der drei Gitarrenspieler sind der Aufforderung nachgekommen wegzugehen. Er war damit nicht einverstanden, hat dann die Polizisten angegriffen, hat Widerstand geleistet und deswegen wurde er festgenommen von den Kollegen. Und jetzt sind wir hier auf dem Abschnitt 51 und klären den Sachverhalt. Bei der Durchsuchung der Person haben wir noch Drogen bei ihm gefunden, sodass er dann den Verstoß auch noch bekommt. Ja, wäre einfach nur weggegangen, hätte gesagt, spiele ich woanders. Okay, krass. Wir haben es mit Bitte probiert. Der hat ein kleines Pfeilchen erlitten, was anschwillt, sodass er mit ins Krankenhaus genommen werden soll. Einfach nochmal zur Sicherheit, dass es keine Einblutungen gibt oder ähnliches. Er hat 1,7 Promille gepustet. Respekt. Ist auch echt gut unterwegs. Genau. Wie gesagt, wird jetzt ins Krankenhaus durch uns begleitet, weil er vorhin ein bisschen adressiv war. Dort übernimmt er das Krankenhauspersonal und dann können wir weiterfahren. Okay, alles klar. Und der wird morgen früh erst richtig Spaß haben. So, Aaron, ich bin schon ein bisschen müde. War anstrengender Tag. Wir sind jetzt am Kotti angekommen. Es ist gerade mal halb zehn. Ich komme in mein Alter. Wir haben noch zweieinhalb Stunden Zeit. Wir werden jetzt hier auf dem U-Bahnhof mal eine Fußstreife laufen. Ich habe gehört, dass hier das eine oder andere Mal ein Strafrecht begangen wird. Und dann schauen wir mal nach dem Rechten. Freuen sich die Bürger immer. Dann machen wir das mal. Präsenz zeigen. Genau. Super. Ach, der Kotti Geruch. Und dann steht man jetzt auch einfach nur da und macht, wenn jemand aussteigt, so... Ja, genau. Du hast ja polizeiliche Erfahrungen, guckst dir halt die Leute an. Manche sind halt schon einfach nervös, wenn sie Polizei sehen. Wir wollen zum Beispiel hier vorn zur Treppe raus, sehen uns und nehmen halt einen totalen Umweg, den er als normaler Menschen nicht nehmen würde. Und dann kann das schon mal auffällig sein. Muss aber nicht sein. Also wir wurden jetzt zu einer Schlägerei gerufen. Hier sind Streitigkeiten eskaliert. Ähm, genau. Jetzt prüfen wir mal den Sachverhalt. Sind ja genug Kollegen vor Ort. Ja, ich sehe ja den einen schon, wie er steht. Der hat wohl ein, zwei, drei mehr getrunken. Ja, ich tippe auch, dass Alkohol im Spiel ist. Also die Schlägerei hat sich nicht bestätigt. Nach Sachverhaltsklärung hat sich ergeben, dass es hier Streitigkeiten im Milieubereich waren. Aber Streitigkeiten im Milieubereich ist für mich Rocker prügeln sich. Das war es ja jetzt nicht. In dem Fall ist es das Trinkermilieu. Ach so. Das heißt, sie haben einen getrunken und sind von der Bank gefallen. Genau, haben sich ein bisschen gestritten. Und jetzt sind sie wieder dabei, sich zu versöhnen. So, eigentlich sind wir schon auf dem Weg nach Hause. Genau, wir waren auf dem Weg nach Hause. Wollten Feierabend machen. Und dann war der junge Herr da vorne der Meinung, dass er noch bei Rot rüberfahren muss, dass wir ihn angehalten. Jetzt kontrollieren wir ihn. Wir werden ihn mit dem Tatverwurf konfrontieren. Und dann wird es teuer. Timo hat sich total gefreut. Er hat gesagt, endlich erwischt es mal jemand. Und wie habe ich mich gemacht? Ja, ganz gut, Aaron. Schicht ist jetzt vorbei. Wir wollen jetzt Feierabend machen. Hast heute mal ein bisschen Sport mit uns machen. Ein bisschen. Ich bin echt durch. Grundkenntnisse vom Tonfach kennengelernt. Da hast du ein bisschen geboxt. Da gibt es noch ein bisschen Markholbedarf, wenn man sich von zwei Frauen verprügeln. Ja. Aber die waren auch verdammt schnell. Das waren Ninja-Kolleginnen. Die sind gut trainiert, das stimmt. Robert hat dir auch ein paar Sachen gezeigt. Super Sache. Danach ging es auf die Streife. War heute leider nicht so viel los. Steckt man nicht drin. Kann man nicht ändern. Der Fall mit dem Lärmer, der quasi noch ins Krankenhaus gebracht werden muss, hat auch relativ viel Zeit gekostet. So dass ich sagen würde, kommst du einfach nochmal wieder. Soll ich? Wenn ich nochmal bei der Hundertschaft mitfahren soll, gib dem Video einen Daumen nach oben. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare. Und auch gerne, darf man sich einen Bezirk wünschen, wo wir mal so Streife fahren sollen? Ja, der Kollege nickt. Also schreibt doch mal einen Bezirk in Berlin, wo ich das mal machen soll. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank. Alles Gute. Vielen Dank ans Team. Und vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Ah! Hör auf! Ist es okay. Verruhige dich jetzt. Ja, ist es okay. Lass die Finger locker. Ey! Unglaublich. Unglaublich.